hejo leute herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der mvgma und wir sind heute mal wieder eine runde solo gegen squat mal schauen wie es heute läuft also lassen wir uns mal überraschen mal gucken sieht scheiße aus muss schon so sein so wo starten wir dann diesmal eine runde solo gegen squat lassen wir uns mal überraschen nein das wollen wir mal nicht der spawnt genau richtig da oben voll im wasser so los geht's nehmen wir mal was looten hier hier ist mal wieder nichts aber hier ist zurzeit irgendwie kaum blut nehmen wir mal lieber auch noch mal mit gehen wir mal weiter hier ist jetzt nichts mehr da am kiosk werden wir nicht mal reingucken das lohnt sich glaube ich nicht immer mitnehmen also ganz wichtig die season 3 es sind hier schon richtige pros unterwegs also für mich wird das hier schon richtig 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 schwer also ich habe es jetzt noch keine runde richtig gewonnen war schon ein paar mal in der endzone aber so wirklich gewinnen das kann ich euch schon mal sagen das wird glaube ich auch in nächster zeit noch eine runde in eine schwere sache werden so so 7,62 brauchen wir nehmen wir auch mal mit 9 mm könnte ich gebrauchen die da ne die kann ich nicht gebrauchen aber das hier und ich werde glaube ich gegen die ak 15 austauschen ja der andere ist zwar klein handlich im orts- und häuserkampf aber ich brauche auch mal ein bisschen fährenwaffe da ist so ein längerer lauf und nicht verkehr was ja doch welche ja dann kommt wieder weg alles klar schönes sniper juhu jetzt müssen wir uns bloß noch einen platz suchen zum verschanzen besten haben wir alles haben wir gut jetzt müssen wir nur noch einen platz suchen zum verschanzen ich glaube zwar nicht dass wir da die zone haben werden aber ich glaube ich werde mal doch lieber hier auf dem haus woher 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 Nämlich Deckung, aber schön weit. Schöne Weitsicht. Klingt ja noch besser, wenn ich einen höher gelegenen Punkt hätte. So weit fliegt er nicht, alles klar. Jetzt heißt es schön ruhig bleiben. Wir spielen jetzt erst mal Camper. Nützen wir es mir von da oben, aber da oben hochkommen wird jetzt nicht einfach. Wir spielen hier Solo gegen Squad, das heißt es sind immer Viermann-Teams. Du hast mal wirklich einen Einzelgänger dabei. Das wäre dann für die richtig scheiße, aber für mich richtig geil. Zur Not warten wir bis zur Endzone und dann erledigen wir die ganzen Leute. Geht auch. Bei so vielen Gründen sieht es aus dem Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Mal ganz ehrlich, die haben hier schon richtig Zeit investiert für die Map und die sieht auch richtig geil aus. Und das macht es gerade so schwer, hier irgendwie einen Krill zu machen. Von da könnten auf jeden Fall jetzt welche gestürmt kommen. Weil ich glaube mal da hinten waren welche, da waren welche, da war keiner. Da waren welche, da waren welche, da, da. Also doch. Hör mal. Und doch. Jetzt doch. Ich bin noch nicht in spite. alles klar da hat einer von hinten drauf gewartet dass ich hier abdrückt naja schützschützschüt das soll es auch damit gewesen sein hoffen wir es hat euch gefallen konnte das sniper gerade nicht richtig einsetzen naja was soll's bis dann ciao